Moin moin liebe Super-Suppies, mein Name ist Fluppi. Was, ihr spielt noch GTA Online? Erstaunlich. Das Geld ist also da und wahrscheinlich schon ausgegeben. Jetzt geht es um neue Inhalte. Und damit auch neue Bugs. Yay! Okay, Spaß beiseite. Das Beach-Bump-Pack wurde schon angekündigt, jetzt soll es auch kommen, munkelt man seitens Rockstar. Noch diese Woche werden Termine bekannt gegeben. Nicht nur was das Strandpaket angeht, sondern auch die Heists. Darauf warten schon viele. Endlich mal Banken ausrauben. Vielleicht dann sogar schon in neuen Badehosen und mit Wasserpistolen. Vielleicht kommt sowas dann, wenn User ihre eigene Mission erstellen im Content Creator. Der steht allerdings noch in den Sternen. Wir gar nicht wissen, was mit dem alles schief läuft. Ansonsten antworte ich natürlich gerne auf die tausendmal gestellte Frage. Fluppi, was hast du mit den 500.000 gemacht, die Rockstar uns geschenkt hat? Nun, nichts, aber fast das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin. Wenn ihr eins der drei Features sofort haben könntet, welches würdet ihr wählen? BeachBump, Heists oder Content Creator?